Moin Moin, heute ist Türchen Nummer 18 dran. Heißt heute ist der 18.12. Genau, Katie. Heute ist Dienstag. Ich bin richtig verwirrt diese Woche. Also ich habe diese Woche gar kein Zeitgefühl. Endlich bin ich noch ein Wochenend viel. Ganz komisch. Na gut. Manuel hatte sich gewünscht, dass ich hier nochmal diese schöne Peitsche aus diesem Kalender zum Zischen bringe, weil es so schön war. Gestern habe ich es leider vergessen, aber jetzt habe ich dran gedacht. Wie leiser kann das sein? Ich glaube, die klingt tatsächlich anders. Ich hätte jetzt gedacht, das macht keinen Unterschied. Darum habe ich die letztens gar nicht ausprobiert. Das muss ich nochmal Vergleich haben. Die zischt viel mehr. Ich glaube, das liegt daran, dass hier die Dinger kürzer sind. Also... Ah, yes. Ja. Ne, das liegt nur daran, wie ich geschlagen habe. Ok, ne. Klingt beide schön. Ok. Es geht los. Genug herumgespielt. Autschi. Es brennt ein bisschen. Da. Au. Ich habe den Durchfall-Nagellack übrigens immer noch drauf. Aber ich habe gestern festgestellt, es ist kein Durchfall. Es ist Schokolade. Schokoladenfarbe. Ich habe gestern Schokolade gegessen und dachte, wow, das passt perfekt zu der Schokolade. Alles eine Frage der Perspektive. Da klippert was. Na, was ist das? Ich wusste das. Ich wollte gerade noch sagen, naja, das sind bestimmte Nippel klemmen und dachte ich so, klar, aber sowas war ja schon drin, obwohl das sind halt jetzt klemmen, ne. Andere, naja, Schrauben. Das ist schon noch ein anderes Gefühl. Die Schrauben oder die Klemmen. Allerdings habe ich genau solche schon. Gut, jetzt nicht mit solchen Ringen dran, aber vom Ding her habe ich genau diese hier. Mit den Schrauben, mit den Gummi aufsetzen, die ich eh immer abpule. Ja, Leute, das machen wir an den Nippel. Sieht schlimm aus, ne. Ja. Da kann man, ja, so schwer sind die jetzt aber auch nicht. Aber da könnte man ja noch was dranhängen. Master-Klemm-Alligator heißen die. Ja, bla bla. Ich lese mal den Text vor. Mit diesem hübschen Paar lassen sich herrliche Quälereien umsetzen. Die zwei Alligator-Klemmen, ich wusste nicht mal, dass die so nennen. Ich habe die immer Krokodils-Klemmen genannt. Wer mein Buch gelesen hat, New Passion, der weiß, dass ich es immer so genannt habe. Aber Alligator-Klemmen ist ja auch ein gutes Wort. Das werde ich mir merken für die nächsten Bücher. Die zwei Alligator-Klemmen freuen sich nämlich schon darauf, ordentlich zubeißen zu dürfen. Süß. Setzen Sie die Klammern an die Brustwarzen an und drehen sie an den kleinen Rädchen, bis die gewünschte Intensität erreicht ist. Nun können Sie Ihrem Spieltrieb freien Lauf lassen und die Vorteile der mit den Klammern verbundenen Ringe nutzen. Ziehen Sie daran, hängen Sie ein paar Gewichte an die Ringe oder haken Sie Karabiner ein. Ja, genau. Ah, gut. Zum Ziehen ist es natürlich besser als das, was ich habe. Da sind nur so kleine Kettchen dran. Dann benutze ich vielleicht lieber die und verschenke die anderen. Keine Ahnung, vielleicht verliere ich irgendwann mal welche und dann bin ich traurig, dass ich es nie weggegeben habe. Da. Ein längliches. Großes. Sehr, sehr leichtes. Ist da überhaupt was drin? Das wäre es jetzt, ne? Fäßes Päckchen. Doch. Jetzt ist was drin. Und, 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 und. Uh, ein Feder. Schmeißes Päckchen ja immer weg, ne? Ja, ein Federtickler. Foxy-Tickler. Okay, mal gucken. Foxy. Uh, uh, uh. Das ist aber ein schöner. So sieht er aus. Mal in weiß. Sonst habe ich die immer nur in schwarz. Und hier ist ein ordentlicher Buschel dran. Das ist ja schön. Boah, das fühlt sich auch richtig gut an. Das fühlt sich anders an als die, die ich bisher habe. Finde ich gut. Ah, das ist schön. Oh, der ist richtig bei. Okay. Oh, ich finde das in weiß auch echt. Eigentlich bin ich ja eher der Schwarz-Fan, aber ich muss sagen, in weiß ist auch voll schön. Schön. Freue ich mich. Süß. Zack. Da, unten. Was ist das denn? Ist das was zum Essen? Oder ist das Deko? Es sind auf jeden Fall, es ist eine Dose mit Herzchen drin. Ah, nee, essen sollte man es definitiv nicht. Ähm, es ist Badekonfetti. Ja, kacke, wenn man keine Badewanne hat, aber man kann ja eine größere Schüssel nehmen und dann macht man damit halt ein Fußbad. Ja, also. Von daher kann man es auch benutzen, wenn man keine Badewanne hat. Aber ich habe eine. Oh ja, das gönne ich mir einfach an Valentinstag, um mich selbst zu beglücken. Das finde ich süß. Riecht auch lecker. Ja, vielleicht kann man es auch essen. Ja, das finde ich besser als diese Herzseife, die es ja gab. Die fand ich wirklich irgendwie ein bisschen unnötig. Auch wenn man sagen kann, ja, da kann man zusammen duschen und sich mit dieser Herzseife einreiben. Aber, ja. Ne, das finde ich süß. Riecht. Okay. Gut, das war es dann für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Habt einen schönen Dienstagabend. Ja, ciao. Ciao.